Hey Leute, es ist Mittwoch früh und es ist ziemlich ziemlich früh. Es ist nämlich 6.40 Uhr hier in Köpenick und ich mache mich gleich auf den Weg nach Potsdam für die zweite Zocker-Challenge. Habe ich eigentlich Augenringe? Augenringe habe ich. Ja, ich mache mich auf den Weg für die zweite Zocker-Challenge gegen Inga Schuld. Inga ist Torhüterin bei Turbine und wir machen so ein kleines Torhüter-Battle beziehungsweise Profi-Keeperin gegen, naja, mich halt. Und ich habe das letzte Mal in der D-Jugend im Tor bestanden. Deswegen glaube ich, wird es ziemlich, ziemlich witzig. Fragt sich nur für wen. Also wir sehen uns gleich in Potsdam. Eine Ewigkeit später. So Leute, ich bin in Potsdam angekommen. Inga ist auch schon da. Hi Inga. Hi Steven. Bist du bereit für die Challenge? Ich bin richtig bereit. Ich hoffe, du hast Leistung mitgebracht. Das wird knallhart und würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Let's go. Oh! Das ist tot! Dann musst du ja doof sein, wenn du da nicht triffst. Jetzt hast du Druck, wa? Hey! Hey, hey! Ha, 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 ha! Hey, hey, hey! Hey, hey. Bereits? Ja! Null Tore, Mann! Hallo! Was machst du da, oder? Bereit? Bereit? Toll! Oh! Ich mach's doch voll langsam! Ja! Geil, Mann! Oh! 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 Oh, ja! Eins! So kurz, Mann! Oh, Mann! Oh! 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 ich glaube ja ich glaube dafür stehe ich hier das ist so peinlich das ist ja nur die tieferkontrolle Da muss man liegen. Habe ich noch einen? Einen noch? Einen noch. Der hält sich fest einfach. Wow! Zum Null, ey! Ist der drin? Köln ist schlecht. Köln ist schlecht. Letzter, was? Mit den Handschuhen ist das kalt. Letzter? Ja, oder? Letzter? Oh! Parade! Und nur einmal fliegen an der ganzen Einheit hier. Ich muss laut zählen. Ja, mach ich. Meine Tore zählt ja auch, ja? Ja, komm. Eins. Acht. Acht. Zehn. Oh! Ja! Mann! Ja! Okay. Jetzt dreht sich so fies, ne? Ich kann nur gewinnen. Eins. Schleller! Zehn! Ja! Was? 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 Ne, der war nicht. Ja, guck mal. Ne, ne, ne. Nur so kannst du. Gewinnen. Also wenn ich den jetzt mach, ne? Ja, du brauchst nicht. Ich 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 brauchst nicht. Du kannst sicher nicht mehr im Moment kommen. Jaaaa! Wuuu! Ha! 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 Das war unsere kleine Torhüter-Challenge. Inga, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ja, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Das freut mich. Ja, immer wieder gerne. Ja, und deine Trophäe, deine Siegestrophäe hast du ja schon vorm Spiel bekommen, deine Zockerhose. Ja. Hat dir ein bisschen Glück gebracht. Ja, meine Handschuhe haben dir leider nicht so viel Glück gebracht, aber die darfst du trotzdem behalten. Das ist nett. Dankeschön, da freue ich mich sehr drüber. Das ist ja genau deine Farbe. Ja, und ansonsten, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video, teilt das Video, was noch wichtig ist, folgt Inga bei Instagram, den Namen seht ihr hier unten jetzt eingeblendet. Und ansonsten, ja, wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute. Es geht ja trotzdem nicht weiter, aber wo es auch weitergeht, alles Gute und wir sehen uns ganz bestimmt wieder, vielleicht auch noch mal zu einem Rückspiel und dann mache ich es dir nicht so leicht. Okay, ich bin gespannt, ich freue mich auf die Zukunft und danke für den geilen Tag. Tschüss. 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 rooftop